Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandino TV. Heute Peter wird Verbrecher, Teil 1. So Kinder, heute bekommt ihr euren Mathe-Test zurück. Ich fange mal hier vorne mit Anastasia an. Und mal wieder eine 1 plus mit Sternchen. Gute Arbeit Anastasia. Dankeschön. Und Andreas, eine 2. Gut gemacht. Danke. Oh Mann, den Mathe-Test, den hatte ich ja komplett vergessen. Hast du da ein gutes Gefühl, Emil? Hm, naja, geht so. Ich habe gelernt, aber irgendwie habe ich dann beim Test die Hälfte vergessen. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. Ah, Peter, du musst wirklich besser lernen. Was, eine 6? So schlecht kann ich doch gar nicht gewesen sein. Tut mir leid, Peter, aber du hast keine einzige Rechnung richtig gelöst. Wenn du irgendwann mal einen guten Schulabschluss oder einen guten Job haben möchtest, dann solltest du definitiv besser im Unterricht aufpassen. Pff, das ist doch doof. Ich werde einfach Verbrecher. Die müssen nicht zur Schule gehen. Die haben immer ganz viel Geld. Und wenn sie keins mehr haben, dann holen sie sich ganz einfach Neues. Na, ich hoffe doch, du bist kein Verbrecher, Peter. Und selbst Verbrecher müssen zur Schule gehen. Ach, Quatsch. Das sagen sie doch nur, um mir Angst zu machen. Bei Verbrechern ist eine 6 im Test doch bestimmt total egal. Ich bleibe dabei. Ich werde Verbrecher. Mir reicht's mit der Schule. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich werde jetzt Verbrecher. Ich packe meine Tasche. Und dann suche ich mir Verbrecher, Freunde. Hm, was braucht so ein Gangster alles? Ah, ich weiß. Als Gangster braucht man auf jeden Fall eine Taschenlampe. Das sehe ich immer in den ganzen Filmen. Und ein Walkie Talkie, damit man sich mit den anderen Gangstern unterhalten kann. Und natürlich ein großer Sack für die Beute. Und ein Fernglas kann auch nicht schaden. So, ich glaube, ich habe alles eingepackt. Hm, jetzt brauche ich nur noch einen Gangster, der mich den anderen Gangstern vorstellt. Und wenn ich erst einmal einer von ihnen bin, dann bringen sie mir bestimmt ihre ganzen Geheimnisse bei. Ich weiß auch schon genau, zu wem ich gehe. Ah, na also. Ich glaube, hier wohnt Kevin. Ich habe ihn zwar ein bisschen geärgert, aber das nimmt er mir hoffentlich nicht mehr übel. Abgesehen davon haben wir uns auch gut verstanden. Ja, bin... Äh, nein, nicht du. Was willst du hier? Hast du mich nicht schon genug geärgert? Kevin, du bist lustig. Das war doch alles nur Spaß. Darf man seine Freunde nicht mal besuchen? Freunde? Wir sind keine Freunde. Du hast dafür gesorgt, dass ich verhaftet werde. Und du hast mir Streiche gespielt. Also wag es bloß, die doch mal hier zu klingeln. Ähm, Kevin? Och man, das ist ja nicht so toll gelaufen. Aber egal, ich habe noch eine Idee. Hm, na dann auf zu den anderen. Die warten bestimmt schon. Ähm, na also. Ich wusste doch, er fährt heute noch irgendwo hin. Na dann mal hinterher. Heute bin ich sogar pünktlich. Da können die anderen nichts sagen. Oh, die Tür ist offen. Hm, hier ist bestimmt ein geheimes Gangster-Treffen. Na, da bin ich doch dabei. Oh, hier drin ist das schon ein wenig gruselig. Es ist so dunkel. Und was ist das alles? Wow, so große Kisten. Ist das alles Diebesbeute? Mal nachsehen, ich gehöre ja bald zur Gang. Dann muss ich ja auch wissen, was das alles hier ist. Wow, das sind ja wirklich Goldmünzen. Wow, die sind bestimmt total viel wert und... Oh, nein, Leute. Ich wurde erwischt. Wenn ihr nicht verpassen möchtet, wie es hier weitergeht, dann abonniert hier oben den Kanal. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und da auf der anderen Seite gibt es noch mehr Videos aus Pandido City. Ich gucke jetzt erst mal, wie ich hier wieder rauskomme. In der nächsten Folge geht es weiter. Bis zum nächsten Mal.